Hallo Leute, wie ihr seht, wir stecken voll in den Vorbereitungen. Ja, heute Livestream um 17 Uhr. Und wir bereiten für euch vor die Weihnachtslieder und die Weihnachtsshow. Jetzt am Wochenende, Samstag und Sonntag. 12. und 13. Dezember und 19. und 20. Ja, wir freuen uns auf euch. Bis dahin.